Nach den Nachrichten, die wir heute von unseren Quellen im Palast von Präsident Recep Tayyip Erdogan erhalten haben, gab es im Palast Panik, ausgelöst durch die Nachricht vom Antichristen. Der Hadith, der diese Aufregung verursachte, war wie folgt. Der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, der Dayal wird aus der Region namens Khorasan aus dem Osten auftauchen, Menschen, deren Gesichter wie mit Leder überzogene Schilde aussehen, was bedeutet, dass die Türken ihm folgen werden. Basierend auf dem Hadith von Eben Maße, Fittl, 33, entschieden Recep Tayyip Erdogan und die im Palast tätigen islamischen Gelehrten, dass der Präsident der Republikanischen Volkspartei, Kemal Kedarolo, der Antichrist sei. Obwohl feststeht, dass Kedarolo der Antichrist ist, aufgrund des Gerüchts, er sei khorasanischer Herkunft und der Unterstützung, die er von den Türken zu gewinnen scheint, herrscht stillschweigend darüber, wer der Made ist. Es wurde interpretiert, dass Recep Tayyip Erdogan aufgrund seines Alters nicht der Made sein wird, aber auch die Erklärung eines anderen zum Made anstelle von Recep Tayyip Erdogan könnte die körperliche Gesundheit der islamischen Gelehrten im Palast beeinträchtigen. Neben Präsident Recep Tayyip Erdogan, Politiker wie der ehemalige Anführer einer separatistischen kommunistischen Terrorpartei und Turk-Schraußenminister Mehmet Mittiner, der Undercover-Minister, der neben Drogendealern und Kindervergewaltigern Fotos in seinem Büro macht, und auch Innenminister Süleyman Zollou, der geheime Staatsminister, der für die Täuschung verantwortlich ist, Ibrahim Mili Gökcek, der geheime Staatsminister, der dafür verantwortlich ist, zu weinen und vorzugeben, das Gewissen Des rücksichtslosen politischen Islam zu sein und so die öffentliche Meinung zu beruhigen, Bülent Arns und islamische Gelehrte wie der Prinz der islamischen Sekte von Ismaila, Küppeli Ahmed Hukka, der Leiter für religiöse Angelegenheiten, Ali Abbas, der Leiter der ISIS-Regionalzellen in Deyabakir, Ibu Huraira, und der Imam der rohen Fleischbällchen der Fethullah Gulen-Sekte, Emrullah Okunt-Hümbelikli, nahmen ebenfalls an dem Treffen teil. Dort wurde der Kampf gegen den Antichristen Christaroulu diskutiert. Der Präsident für religiöse Angelegenheiten, Ali Abbas, sagte, dass es sich Dämonen abwehrt und in diesem Fall auch Kemal Kidaroulu treffen kann. Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte daraufhin Essig von Emine Erdogan an, die in diesem Moment Apfelessig in der Sultanatshalle kochte und destillierte. First Lady Erdogan sagte jedoch, ich verdiene damit Devisen, kein Essig für dich. Du brauchst auch den Made, um den Antichristen Kidaroulu zu vernichten. Da der Made laut Hadid 40 Jahre alt sein wird, wird der Made kein anderer sein als mein Sohn Bilal. Recep Tayyip Erdogan rief daraufhin, was für eine dumme Frau, ist unser Idiot Bilal der einzige 40-jährige Typ im Land? Emine Erdogan schrie zurück, wie unsere Quellen behaupten, du magerer Pavian, wenn da nicht Bilal wäre, den du einen Idioten nennst, wer würde deine Dollars und Euros in Säcken aus den Geheimgängen des Palastes zur Landebahn des Präsidenten in Isenbauer Flughafen tragen? Präsident Erdogan korrigierte den Fehler von Emine Erdogan und sagte wütend, halt die Klappe, in diesen Säcken sind Bulgur und Maismehl aus unserem Dorf, diese Säcke werden an hungrige Muslime in Afrika geschickt, dann fuhr er fort, Bilal hätte sich mit diesen Säcken in den geheimen Kanälen verirrt und wäre in einer Ecke der Kanäle gestorben, wenn seine ältere Schwester Süme ihm nicht geholfen und ihn beim Tragen von Säcken angeleitet hätte. Als Antwort sagte First Lady Erdogan, was für ein ignoranter Hund, der nicht sprechen kann, von welchem Kanal sprichst du, von welchem Kanal? Es ist ein Tunnel, während sie schrie, intervenierte ein Inspektor des türkischen Rechnungshofs und legte den von ihm erstellten Bericht Präsident Recep Tayyip Erdogan vor. Der Bericht dokumentierte, dass der Verkauf von Essig, der von Emine Erdogan hergestellt wurde, nachdem sie tausende Tonnen Äpfel gekauft hatte, nur 20 Prozent der Kosten deckte. Obwohl Recep Tayyip Erdogan die Zahlen nicht verstand, hatte er das Gefühl, dass seine Familie ins Visier genommen wurde. Und in diesem Moment wurde der Inspektor des Rechnungshofs der Burg Jabba zugeteilt, die am 22. Februar 2015 von Präsident Recep Tayyip Erdogan und dem damaligen Premierminister Ahmed Davutoglu bombardiert und zerstört wurde. Während Ahmed Hukia in Robensalz vorschlug, um gegen Dayal Kledarolo zu kämpfen, sagte Isis de Jabakir Beamter Abu Huraira, das mit Datteln geknetete Ziegenscheiße Dayal töten würde, und beschuldigte Ahmed Hukia der Blasphemie. Während alle Gelehrten sich gegenseitig der Gotteslästerung bezichtigten und versuchten, sich gegenseitig die Kehlen abzuschlachten, warf sich der Imam der Rohflöschbällchen der Fethullah Gulen-Sekte Emrullah Okun Tümbelikli auf die Füße von Recep Tayyip Erdogan weinend und rief, Bitte geben Sie mir einen Pass. Ich schwöre, dass ich für den Rest meines Lebens nichts gegen Sie tun werde. Als Recep Tayyip Erdogan dies hörte, befahl er Emrullah Okun Tümbelikli und Ibrahim Meligöcek, peitschen zu werden, bis sie es bereuen, und er stand leise auf und ging zu der grünen Hütte, die er im Garten des Palastes bauen lassen hatte. Nachdem er einen Ring aus heiligem Salz um die Hütte gegossen hatte, nahm er die Waschung und versteckte sich darin, um sich vor dem Antichristen Kildarolo zu schützen. Gerüchten zufolge fliegt der Antichrist Kildarolo heutzutage jede Nacht um den Palast, der Essigdämpfe aus seinen riesigen Schornsteinen verströmt, herum, indem er auf einem fliegenden Drachen reitet, Wein trinkt und die friedliche Stille des gesegneten Komplexes mit seinem teuflischen Gelächter durchbricht, das den Palast durchdrang Dunkelheit der Nacht. Wir beenden diese Nachricht jedoch mit unserer Botschaft unseres Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, es ist noch nicht alles vorbei. Der Sieg gehört dem Islam, der Sieg gehört den Gläubigen.